Oder ist er irgendwo getötet worden und ich muss jetzt gucken, wo das Buch rumliegt. Das wäre jetzt auch nicht so schön. Wenn ihr zum Beispiel gerade dieses Darkwood hier getötet hat. Oh nein. Er war vorhin immerhin hier oben mal. Zombie. Gut, ich bin mal so nett und erhöhe das Kopfgeld auf das Darkwood hier. Und setze auch mal ein tausender Kopfgeld auf das Darkwood. Oh, der versteckt sich wirklich in einem der Häuser mittlerweile. Ich möchte mich nicht hier oben mit dem Magier anlegen. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass der Level 1 Held gleich groß rennen wird. So stelle ich mir das schon eher vor, dass zwei Level 5 da kämpfen. Das habe ich wiederum nicht gewollt. Gut. Mach die Häuser platt. Du wirst ihn nicht ernsthaft mit dem da anlegen. Du bist halb angeschlagen, hast nichts. Okay. Das wäre übrigens lustig, wenn er das Darkwood jetzt... Nein, er darf nicht. Genau, töte ihn. Ja. Wo ist jetzt zur Hölle das Buch? Ich habe einen Friedhof, weil zu viele Tote. Ah. Treasure Chest. Ich hätte ihn wirklich damals, äh, damals vorhin markieren sollen. Wenn ich nämlich Pech habe, hat das Darkwood, Demonwood hier. Das Buch und ich muss erst das Demonwood irgendwie totkriegen. gut. Gut, gewinnen wir noch die Schmiede auf Maximum ab. So, da bin ich hoffentlich wieder. So. Mir ist gerade aus irgendeinem Grund die OBS abgestürzt, was ich nicht so schön finde. Sovereign! A building has been upgraded. Grad als ich eine Woke-Gilde bauen wollte. Und das Geld auf das, auf das Darkwood hier erhöhen wollte. Hm. Die Wizard-Gilde da oben ist in Orton. So, einfach mal alles erforschen, was es zu erforschen gibt. Wir haben zwei Krieger, die losziehen. So, wir kriegen immer mehr Gebäude. Ich weiß immer noch nicht, wo das Buch ist. Sovereign! Your Marketplace now serves you better! Majesty! The local blacksmith offers new services. Sovereign! A building has been upgraded! Schön. Mehr Wokes. Ist klar, dass das die Wokes gerade anlockt. So, jetzt haben wir drei Schurken. Zugangeln. Die da drauf schießen. Mein Service ist in die Hand. Ich bin auf meiner Weg! Der Computer hat ausgedreht. All I do, I do! Hm. Ich bin auf meiner Weg! Scan to a Henchman. Let's go to buildings, heroes, reward flags. Okay, wir haben einen Ranger verloren. So, jetzt noch das Blackwood weg. Dann sind wir dir alle los. Müssen immer noch das Buch finden. Ich möchte ungern diese Mission neu starten, weil sie verbuggt ist auf einmal. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ja, die werden anfangen jetzt an, den Magier zu beklauen. Hm. My ambition has paid off. My ambition has paid off. My ambition has paid all my gold alone. Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern, dass der eigentlich mit dem Buch einfach abhaut. Oh, das Ding ist vergiftet. I'm out of here. My service is the end. Yay, one hit. So, das war das letzte Darkwood. Was wir nicht haben, ist das blöde Buch. Hm. Ich möchte ungern den Magier töten, weil der andere Weg ist der interessantere. Ja. Es wäre mir aber auch wirklich neu, dass der Typ abhaut. Hm. Wurden es sein. Hm. Wie gesagt, vorhin habe ich ihn definitiv noch gesehen. Das war nämlich sein Level 10 Hooligan. Hm. Ich gehe mit den wilden Spiriten. Ein... Ja, Milotaurus jetzt auch auf einmal. Gut, ich restarte die Mission. Ja. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Blacksmith. Den Text kennen wir ja bereits. Also jetzt ist die Map neu generiert worden. Und dieses Mal lassen wir den Hooligan definitiv nicht aus den Augen, sobald er spawnt. Jetzt wird nämlich wirklich neu, dass die wegrennen. So, gleich mal beide Gilden aufbauen. So, gleich mal beide Gilden. so und noch der hausung damit das ganze ein bisschen schneller geht ich hoffe du gehst zuerst die gnome höhle bauen nein natürlich nicht so der wird gleich verdummt kurzzeitig so gleich mal die forschung anwerfen so unser erster hooligan ist gefangen